Die Faszination für die dritte Dimension war bei mir schon als kleiner Bub vorhanden. Wenn ich zurückdenke, ist es schon so, dass ich fliegen kann, bevor ich Auto fahren kann. Mein Name ist Remo Hauser. Ich arbeite bei Swiss International Airlines in Human Resources. Ich bin zuständig für den Bereich Employee Experience. Mein Vater war bei der Schweizer Luftwaffe, mein Onkel und mein Grossvater flog. Der Aviatik-Virus wurde mir familiär mitgegeben. Ich ging nachher ins Studium und studierte Betriebswirtschaft. Ich habe mir überlegt, wie man das verbinden kann. Swiss International Airlines war für mich ein optimaler Arbeitgeber. Die Zeit im Management Graduate Trainee-Programm Pro Team ist eine sehr interessante, lehrreiche und amüsierende Zeit. Dort konnte ich in New York die Chance, den Kundenfront dabei zu sein, zu verstehen, wieso die Leute in Swiss buchen. Und was auch ein Thema an den Kunden kommt, wie das ankommt und was es auf sich hat. Also ich habe sicher sehr früh sehr viel Verantwortung bekommen, was mir sehr, sehr gefallen hat. Ich konnte mich sicher voll in die Projekte einbringen. Und das hat mich sicher persönlich fachlich extrem viel weitergebracht. Wir haben eine Kultur, die sehr vielseitige und unterschiedliche Persönlichkeiten vereint. Wir haben eine Kultur, die sehr nahbar ist, die sehr zugänglich ist. Wir haben eine Du-Kultur bis zur Oberschule in Geschäftsleitung. Wir sind in einer Industrie tätig, die extrem dynamisch ist. die sich jeder einbringen kann, wo Ideen gefragt sind, wo auch mal kritisch denken hinter Fragen gefragt ist. Und das ist sicher etwas, was die Unternehmenskultur ausmacht und mir auch Spass macht, hier zu arbeiten und etwas bewegen zu können.